Meine Damen und Herren, anlässlich des Todes von Herbert von Karajan brachten wir Beethovens fünfte Symphonie, die der große Dirigent 1965 in Zusammenarbeit mit dem französischen Filmregisseur Henri-Georges Clouseau aufgenommen hat. Und nun, wie angekündigt, das Gespräch, das Felix Schmidt 1978 mit Herbert von Karajan anlässlich des 70. Geburtstages des Dirigenten geführt hat.